Hallo und herzlich Willkommen liebe Skoponenten, liebe Skopelty-Freunde und die uns noch skoponieren wollen. Basti ist wieder bei uns, aber wieder nicht mit Skype. Tim ist wieder dabei. Hm, Blue Man. Blue Man. Phil, seht ihr da hinten? Den mag eh niemanden, lass ihn weg. Ich kann, wie das Track meint. So sind die Deutschen, die mögen keine Lüste. Ja, ich weiß. War ja klar. Tobi, ist der, der im Hintergrund raschelt? Mit seiner Mülltonne? Nein, ähm, das Mikro ist dem Staubsauger gefallen und er versucht ihn rauszukriegen. Genau. Aber er findet den Knopf nicht, ähm, wo der Staubsauger in die umgekehrte Richtung geht. Ich hoffe, der Staubsauger hat überhaupt seine Funktion. Also drücke dir den Daumen. Genau, was die Frage, ob es losgehen kann. Und zwar... Ich mach Countdown. Genau, ähm... Es geht darum, wir machen, was die sagt. Richtig. Ja, das ist Basti sagt. Okay, wir machen, was die Sagen der Gewinner bekommt, Basti's Haus, und zwar dieses hier. Welches? Dieses, wo ich gerade hingucke, dieses mit den beiden Türen, dem Glas nach vorne. Ich baue lieber das selber. Ist nichts gegen das Haus, sieht gut aus, aber... Ich baue mir dann auch noch. Das ist besser für das Werk. Ich baue mir dann auch noch ein selber, dann habe ich ein Ersatzhaus. Ja, wir bauen alle mehr so, also. Okay. Ich reiche eure Abonworter für ein Blut. Okay, ich bin... ...bereit. Tim auch? Ja. Bestimmt. Ich mach nicht mit. Tobi macht nicht mit. Tim ist bereit. Tim ist bereit. Ich bin bereit. Ich glücke euch beiden. Vielen Dank. Fällt euch nebenan. Ich versuche das mal... Ich versuche das mal mit... ...ohne Rüstung und... ...NF... ...5. Warte mal, ich muss am besten zuschauen. Achso, ich habe keine Rüstung. Also soll ich jetzt Countdown machen, oder nicht? Ich glaube, es geht los. Dreht euch. Okay. Und beste Spiele. Wenn du mich... Du bist so... Wieso? Aber ich werde... Oh Gott, Stein scheiße. Ja, ich habe gleich gestoppt, das dann gucke ich auch in die falsche Richtung. Und auch nur. Er hat nicht gesagt, Basti sagt Stopp. ich könnte gerade so gewöhnen nach schreißen egal ob ich genau so wie ich und jetzt mehr ich bin nicht so sehr zu werden war es ist ja was mache ich in den Kursen wenn jetzt nicht von über das Volumen von Nägeln kommen das zu haben nur was sie sagen ja ja genau die Kassel mit mit ihr hersteller wenn ich dann dürfte ich ja 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 hey Wir wollen... Hä? Das Basten schlagt euch. Wow. Haha. Hast du wieder versucht, wa? Fake ist es. Na, Sammy? Oh, gut, ich hab das gemacht, aber Sammy hat mich gerade abgelenkt. Och, Mann! Hm. Hey, nicht mein Jojo fressen. Ja, wie er hat sich auf mein Bett gelegt. Ein Karriere schloss gelassen. Ach, ja, hast du die Zeit gestoppt eigentlich? Äh, sagen wir mal... Nein. Warte um, jetzt geht's sechs Minuten. Oh, shit! Äh, was? Kann man das nicht mit kopieren, Scheiße? Hm, 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 hm. Brauch ich Essen? in der Flüchtlinge ist ja wenn er sich nicht mit schützt aber wir wir wollen also so ist es auch schon mal die Schüsse und mal ich mein ganzes Bild und Schutz aus dem Akkord da was man ist so lange um ich habe gerade im Tobi gesprochen so an die Leichtsbeirsch Wer ist am Gewinn gerade? Fabi Naja, das kann sich noch schnell ändern Scheiße, von dir aus sieht mein Haus ziemlich hässlich aus Ja, ich sag ja vielleicht noch so ein kleines Dichtlein drauf Und meint? Die Ausländer sind immer super nex Wie sieht meint von Weitem aus? Stimmt was? Ich hab mein Haus noch nie von Weitem gesehen Nein, weiter voll Ja, okay, der könnte ich doch da Ich hab ne Idee Was die Falle drüber lassen Ich mach doch nicht Ich meine, ich bin auf Level 1,5 Das dauert Ja, eben Der wurde es jetzt eh zu Ja, supi Water Tierreaktion Erstmal so ein smiley Supi Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Bist du farm, oder? Was ist gerade passiert? Fähig Moment Ich hab mich auch nicht Ich hab mich gelernt Wer von euch gewinnt kriegt Fisch Ja, ho, ho, ho ich habe hier aber gern beim Torbiet die Führung mal erlernen bis zu über einen Staubsauger oder bei einem Tornado okay jetzt geht es dir jetzt gibt es auch bei mir mit der Höhle mal kommen Denkst du ich kann von hier aus angeln? So irgendwie hier zu graben Ich teste mal Guck mal, du hast was geangelt So, ich hab ein Tobi Ein, zwei, drei Treppen hochlaufen Und wieder runter Ah, was kann man noch alles machen? Die Aufnahme und lösch sie Nee, die ist toll Ah, mein Hund weg jetzt wieder rein Hm, was für ein Dachbausch Ach, ich hab schon bald ne Idee Ich bin verspannt Was hast du für ein Schwert? So Keine Ahnung, soll ich das jetzt beantworten, weil da Ich hab nur was geguckt Tobi, wo wohnst du eigentlich? In deinem Wasserfall Hattest du dich doch schon gezeigt Ach ja Nee Also lässt du die Aufnahme trainern oder lösch zu ziehen Auch nicht, dass sie drin Ich weiß, man gerade jetzt nicht wie lange wischen aufnehmen Ich bin hier nicht sicher Warte mal, ich weiß es glaube ich ungefähr Wir haben doch so fünf vor angefangen, oder? Ja Ich glaube mindestens, ja Ja Und also 15 Minuten sind wir gerade am Aufnehmen Ja, ich trau dir nicht, ich hab nur noch ein Leben 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 Spiel mal mit Farbe TTT Okay, äh Ja, ich wähle dir schon wieder raus Ich hab mal einen kleinen Weg gemacht, damit ich mich rüber kann Oh, danke Okay Okay Jetzt ist das ein Team Dachplan Schön, ein Kampf mit Erde Ja, aber nicht warum ich nur hier hoch In der Erde Auch außerhalb Wenn man bei Zulie Hat jemand wissen? Nee, auch die Oben Oh, was? Oh, was? 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 Ich dachte, da ist gerade irgendwie eine Spinne von oben Und hat sich abgeseilt, aber das war nur ein Staubkorn So Hm Sie so, ich ne Eisenachs mit Effizienz 1 Weil wir jetzt beide gleich gute Nee, du hast plus 6 Angriffsschaden, oder nicht? Oh, ja, hab ich 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 Wir heißen hier oben mit der Riesenvilla Villa Jetzt, Fabius, sich mal aus und mach Die große Haus aus dem Berg Oh mein Gott Oh, das Ausmaß muss auch eine Axt Ah, das Ausmaß muss noch mal Hilfe, stopp Ah Okay, du hast auch ne Eisenachs jetzt Ja, der 4, all der 4 Aber du hast... Aber ich hab meine nicht verzaubern und ich hab plus 5 Ja, ich hab auch plus 5, weil Versauberungen auf Axten bringen jetzt Also in Karmt Oh Ja, da oben auf der Riesenvilla auf dem Berg oben Ach ne? Echt? Er hat zwar nicht gesagt, dass wir ihm folgen sollen, aber... Dann stell dich hier hin Ich hoffe, dass ich jetzt immer da raushalte von was zu sagen Oh, so lecker auf die Seite Okay Das hab ich mir fast gedacht Oh, ich hab kein Essen Ja Na warte, hier hat Steak Ja, ja Danke Ähm, ich sollte das nur wegschmeißen, so 1, 2, voll Weiß einer von euch, warum ich so ein Cape hab, so ein bemaltes? Nein Das gehört jetzt einfach 3 Junge! Ihr verrückt Los! Wow! Was? Achso, ach scheiße, ich hatte ja kein Leben, ich hab noch nicht regeneriert Egal Herzlichen Glückwunsch, wir sind in der 1, 2 Weiderweil Fisch gibt's nicht, weil noch nicht fischen Du hast irgendwie einen Fall in Gründen steckt Irgendwie zufälligerweise Von da oben Ich bin ja fair Danke Oh, zwei Herzen Nein, mehr als ich Ich muss bis in Holz fahren Ich auch Jim, bist du jetzt auch komplett voll? Was eigentlich nur Holz? Äh, ja Öh, ja äh Ja Ja Das reicht jetzt, etwas Ich hab' nicht mehr Das reicht von dercationen Ziemlich krass geworden Sind die Milch auf dem Lockdown, weil ich habe mich nicht hier ging, die Hälfte zu werden Ich hatte immer noch 3 Herzen Ok, gut Wollen das nicht im Kampf springen Wieso Wieso Ähm Und mich in F5, glaub ich. Ja, jetzt seh ich dich auch. Oh, ich hab nur noch ein... Ich hab mich dreimal getroffen und du mich auch, oder? Ja! Wie viele Herzen hast du gerade noch gehabt? Ich hatte noch vier. Hä? Du hast mich dreimal getroffen, richtig? Ja, du hast dich viermal getroffen, weil ich dir eine Combo gegeben hab. Achso, okay. Naja, gut, vielleicht schon was er dann. Hier, ich muss erstmal wieder dahin. So. Fabi, soll ich dir Bescheid sagen, wenn wir das auf 25 Minuten sind, oder? Ja, gerne. Wenn du... Hast du es ungefähr so... Ja, wir haben noch so fünf Minuten. Drei, zwei, eins, go. Oh! Hä? Ich denke aber, du triffst mich dreimal in der Stelle. Fabi, muss ich doch ein bisschen aufhören. Also, 3-0. Pvp-P-P-P-S-Bahn. Ja, genau. Ja, du hast ja auch bei unserem... ...bei unserem Skoponenten-Special gewonnen. Ganz viel. Ganz viel. Ja, als einziger Person. Nein, nein, ich bin PvP-Kampf, wollte ich auch erster da. Den Fisch. Ich bin Gott in der Höhle. In meinen schönen... Ich habe jetzt Fahrbieter einmal bei Timolia besiegt. Ich wurde bei... Ja, ich bin halt froh. Also, welches Haus ist das jetzt? Das da oben, wo ich eben schon drin war? Und dieses hier. Dieses hier ist es. Ach, das da, okay. Ach, was ist das denn, wie ein verkacktes Haus? Da hast du sogar einen Weg nach unten zu dieser Schaffarm. Ah ja, ich kann Schaffarm misshandeln. Oh. So, was wollte ich jetzt? Also, da geht ein Weg lang. Das heißt, da... Weißt du die Aufnahme noch? Ja. Ja, die geht noch. Das ist ja jetzt ein Kiecher. So, fünf Minuten. Also, wer will, kann hier noch einen Berg... Ah, okay, danke. Oh, drei ganze Schafe. Wer will, kann hier noch ein Haus bauen? Hier kann noch einer ein Haus bauen. Nee. Hm. Ich bin nicht schon ein bisschen mehr. Der Aufnahme... Wir schon beißen und wenigstern. Das erinnert mich jetzt total an unser Special. Wolltest du nicht eigentlich auch, als du bei mir warst, noch mein Lachen aufnehmen dafür? Stimmt. Stimmt. Okay, dann kann ich das nächste Mal wieder anderem machen. Hm. Wer will mit neidiger Höhe, ne? Stimmt. Mal ein weit los. Also, hier kann jemand ein Haus bauen. Als Trostbaus darf man lieber in der Essen. Yay. 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 wie in die Kamp ganz viele wie es sich anhört Führer vor allem die kann dann machen die Treppe nach oben mit Stufen die ich nicht hab wenn du und gehen die Erinnerung in der Kamp nicht so gerade zwei herzen das ganze Mal durch die Papiere gespielt habe und dann wusste ich nicht mal wer Fabi war und seit wann kennt ihr den um ich kenne ihn war mal man hat mir dort laufen vorher habe ich laufen können gelernt dann Fabi also vor zwei drei Monaten die Joa ungefähr kommt gut hin auch schon so das könnte ich hier oben und warum ich habe und schon wieder was ich habe nämlich gefunden wenn wir in den Miner mit Formen ich habe was da was tut wer hat wieder sein Haus ach ja Tim Was? Ganz wichtig, ganz wichtig. Wenn du Bäume abholst, dann pflanzt die am besten mit Setzlingen nach. Okay. Oh Gott, das ist so schlimm. Nein, aber ich bin nur Blumen. Ach ja, richtig. Ja, Blumen kannst du auch gerne pflanzen. Mann, die war schon hier mit in der Miene. Wollte ich bräuchte die? Ähm, nee, weil das brauche ich. Das nicht, das... Zieh ich an. Ah, die 5 Minuten sind doch bald vorbei, oder? In einer Minute. Okay, dann können wir jetzt schon mal sagen, äh, liebe Leute, liebe Skubonenten und so weiter. Wir hoffen, vielleicht, das hat euch gefallen. Falls ja, liked dieses Video. Falls nein, liked dieses Video trotzdem. Empfehlt uns in jedem Fall weiter. Skuboniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaltet wieder ein. Und falls ihr mitmachen wollt, wie immer der Hinweis, schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ach ja, und tschüss wahrscheinlich von Basti. Tschüss. Bei mir auch noch. Ja! Ich hasse es, ich wollte so oft hier runter. Von der Brücke bin ich so oft runtergesprungen. Tim, Tim, Tim im Skubonenten-Special. Er hat gewonnen. Ja! Ich sag, ich will was sagen. Ja! Ich will wieder was sagen. Ja! 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 Ich will wieder was 선생님. Ich will wieder was sagen. Ja! heap � cosa Oi! Bis zum nächsten Mal.